ich setz schneller alles oder was ja ja weil ich jetzt alles auf die ms2 platte hat dann siehst mal so wenn du wieder aufsteig schon alles verlierst geht die ist auch wenigstens schnell rum warst du es twitter parallel habe ja urteil von zwei bildschirmen und jetzt höre ich mich wieder aber wenn ich mache hier betont aus jetzt geht es wieder servus kamera ist auch besser ich sehe immer noch dasselbe sagt es sich die vorher aber schon mal das hier habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr euer klatschert gemacht world of tank ist das wot oder was ist das wot logo kannst du da hin ja ja sehe ich geil ja cool ja 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 den panda habe ich erkannt ja 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 den panda habe ich erkannt mein wot im gennamen ja cool stefans alles liegt hinter mir auch studiale bestellt die habe ich gemacht durch einfach zu viel freizeit habe ich das gefühl auch gott ich sehe gerade bei dir jetzt hast du hier rechts abstiegs depression ja genau aber drei monate lang ich meine schau dir die mal an verlierst du mein kater ja von dir niemals abstiegs depression unterschätzt das nicht ich habe beim abstieg ich war ich war die stärkste mannschaft in der ganzen liga ich habe die erste zwölf spiele alle verloren ehrlich ja weil die so geklickt war ich habe da bist du hast noch drei termine frei trainings lager auch noch ok jetzt überfordert aber wir haben geld schau mal zwei millionen vereins budget und 3,2 millionen transfer budget in der vierten liga und was schon gerade war glaube ich habe sie bekommen mit oder so ich sehe es nicht richtig aber warte mal ich gehe mal auf die bank links kannst du 7,8 millionen bankguthaben doch 12,8 millionen angelegt die fähne online musste ich mir vor zwei saisons mal holen aber 19,4 millionen ja gut aber du hast schon ein haufe aufgelegt das kann schon vorm schlag das kann schon problemlos zurückzahlen ich glaube ich habe nämlich die woche schon ein setup gemacht und habe dann gespeichert müsste ich mein bril jetzt noch mal putzen bei der krelle farbe krebs was ist denn jetzt schon wieder 8,3 fäschte schon fertig gehen wir mal los in der woche und jetzt machen wir hartes drehen genau alles rot wenn es schaut hier mein pressing und gegenpressing 98,99 das wird jetzt definitiv noch mal trainiert pressing und gegenpressing dann mit konter definieren dann mit konter definieren ich noch trainiert ja individuelle individuelle fähigkeiten nicht vergessen ja dann natürlich die individuelle fähigkeit nicht vergessen rück links ein bisschen schwalten schnitt so rückraum und rückraum lá so so hattestandschüsse noch leicht klopfe ja das ist dann schön und dribbling dribbling ganz wichtig dribbling habe ich drin ah auch woche ende müssen die spieler im trainingsgelände verbringen du gehst dahin die spielerfrau tröste deswegen verliert ja der bruno labbadia ständig nach ein zwei jahren sein job weil er so viele spielerfrauen in hamburg rausgeflogen weil der spielerfrau in stuttgart in stuttgart ist das weg herausgeflogen ich glaube in wolfsburg mal gucken wie lange er jetzt bei her da ist jetzt habe ich noch den falschen knopf gedrückt und manche coole angegriffen hier müssen wir mal ein knarres sauber machen es wird schon ganz verranstert ach so vertragsverhandlung genau ich habe mir neu gekostet ja was ist das jetzt vierte liga vierte liga ja ja der sticht heraus wie wahrscheinlich alle anderen das nervt mit dem handgelder dass es immer standardmäßig drin ist ich hoffe dass die das noch patchen aber ich bin gerade im fecht Ja, kann mich gerade nicht konzentrieren. Ah, der nächste Spieler, den ich mir auserkoren. 1,1 Millionen in Handgeld. Der hat eine Waffe, Alter. Oh, zwei Zuschauer. Hallo, zwei Zuschauer. Sie versprechen dem Vorstand den nächsten Spielern ein Siegnis. Heiß auf diese Spielern und werden den Platz als Siege verlassen. Was hast du denn jetzt gedrückt? Situation erklären oder was? Ja, ich wurde gezwungen, ein Gespräch beim Präsidium nach dem Abstieg zu machen. Ah, okay. Oh, Dauerkarten. 10.000. 23.000. So wirklich auch gewiesen auf Geld bist du nicht? Nee, nicht wirklich. Bandenwerbung. Ich kann auch drei Banden verkaufen. Zahlung pro Jahr. Jetzt setzen wir doch alles ein, oder? Ich wollte gerade sagen, ich gehe immer mit der Zahlung nach oben. Absteigen kann ich nicht in der vierten Liga, da können wir es gern 30 Prozent abziehen. Ah, jetzt geht mein Knarer wieder gut. Jawohl, sie akzeptieren. Die Fans sehen der neuen Saison mit gemischten Gefühlen entgegen, hoffen wir auf eine ruhige Saison im gesicherten Mittelfeld. Oh, schau mal, Besucher. Letztes Jahr fast 1300, jetzt hat er 500, umsatz 70 auf 30 Runde. Geil, ich habe erinnert vom Pferdgeschoss und der hat dann voll mit dem Gesicht gebremst. So, Trainingslager, soll ich überhaupt ein Trainingslager machen? Ja, immer machen. Ich mache da fünf, sechs Stück im Jahr. Ehrlich? Ja. Und wo? Unterschiedlich, du musst auch unterschiedlich machen, sonst fangen wir auch deine Spieler sich zu beschweren. Okay. Weil sie immer dasselbe sehe. Sie sind doch Fußballerwoche, damit sie mal was von der Welt sehe. Steht dann immer dabei. Ja. Oh, das nehme er. Drei Sterne Luxus, vier Sterne Trainingsbedingungen, Freizeitmöglichkeiten, zwei und weder zwei. Einer. Du kannst, wo du gut machen kannst, ist in Orlando, in La Manga und in Sankt Petersburg. Das sind so die drei, wo ich immer im Wechsel mal gehe. Da ist nämlich Luxus, also du hast Freizeitmöglichkeiten und Luxus ist ganz gut, aber halt eine Top-Trainingsbedingung. Du hast mit dem Mädels immer vier Sterne. Meine neue Werbung. Rechtes Mittelfeld, kann rechter Außenstürmer und offensives Mittelfeld spielen. 21 Jahre alt. Ja, ich habe es gerade gesehen, das ist immer das erste, wo ich geguckt habe, aufs Alter. Ja, mega. Was nehmen wir? Ein Antritt oder Kreativität? Was ist denn der Mittelfeldspieler? Rechtes Mittelfeld, rechter Außenstürmer als Nebenposition und offensives Mittelfeld. Würde ich jetzt mal spontan auf Kreativität gehen, zum Rausspielen. Ja, also dann. Schnelligkeit, tolreicher Zweikampf, hat keine Schwächen. Na, also. Kreativität. Was ist denn das für eine Blitzelbiene? Ich habe da jetzt auch einen neuen Trainer eingestellt für die zweite Mannschaft, äh, für die Jugend, ne? Ja. Und sehr gut, ich habe mir jetzt echt gute Leute geholt. Und dann habe ich zugeguckt. Und dann sagt er, ja, der Trainer kommt sich langsam beobachtet vor, weil ich hier dauernd rumhänge. Ja, ja. Das hatte ich auch schon. Was soll das denn jetzt? Das habe ich auch schon nochmal gehabt. Aber die Spieler freut es immer. Ja, 1,9 Millionen Transfer-Budget und 2 Millionen V1-Budget haben wir noch. Das Saisonziel ist der vierte Platz. Aber habe ich dir nicht vorhin gesagt, die wollen ins gesicherte Mittelfeld? War das nicht die Anforderung von deinem Vorstand? Ich glaube schon, ja. Aber da war ich auch Traum von Realität im Lach. Äh, Trainingshalle, wo ich wünsche es sich jetzt, hey, kostet anderthalb Millionen. Hm. Da kommt es schon mal aus dem Ärmel schütteln. Was, Traum? Zahlt doch die Portokasse. Ja. Wie war das? Der FC Schweinfurt spielt Giga Porto. Was sind das? Schon 85 Cent. Da haben wir Jugendtrainer. Voll scheiße. Oh Gott. Du, aber manchmal, ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn du, ähm, wenn du Mitarbeiter einstellst, gerade so als Trainer, und, ähm, die sind von der Sterne vom Talent jetzt nicht so, nicht so gut, aber, äh, sind fleißig. Ja, das hilft. Ja, das stimmt. Weil, wenn du so ein, ja, wenn du so ein 11 oder 12 Sterne hast, mit Gendo, wo die Scouts habe bei mir eh nie was zu tun. Ja, aber die, ähm, die, äh, die, äh, die, also diese Talentlevel gucke ich zwar schon, und wenn es geht, nämlich immer dann mit dem höxen Talent, aber ich nehme mal die, wo fleißig sind. Also bei mir müssen es immer mittels acht Fleißpunkte sein. Ja, schau mal jetzt mal da eine Fachmännische. Da bräuchte ich noch jeweils eine Reserve links, außen und rechts, außen in der Verteidigung. Hast du da keinen, der das in der Nebenposition spielen kann? Äh, doch, schon. Aber wahrscheinlich nicht so gut. Hä, was ist denn das, die linkes Mittelfeld 1,9? Ja. Ist der aus, was er hineingerutscht, oder was? Ne, den habe ich aus dem Jugendhof gezogen, das wurde mir vorgeschlagen, und da waren sie voll traurig, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber der ist eigentlich auch ganz cool, der hat, er ist ein Talent. Ja, aber der wird es zu nichts bringen. Ja, wahrscheinlich. Deswegen steht aber auch auf der Transferliste. Ah, okay. Linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld habe ich jeweils zwei. Zentrales Mittelfeld habe ich auch. Offensives Mittelfeld einen, links, außen, stürmer einen, rechts. Gut, offensives Mittelfeld kann ja auch deine, die da eine 20-Jährige daneben her spielen. Genau, ja. Habe ich, glaube ich, noch ein Gedächtnis. Ja. Also das wird ja passen, da brauche ich eigentlich nichts. Ja, aber Stürmer bräuchte ich halt noch, ne? Fällt noch? Ja, zwei Stück noch. Ja, noch einen linken außen Stürmer, der normalen Stürmer. Einer, der vielleicht links ausruft, auf der Nebelposition hat. Ah, lieber noch jeder, jeweils einen. Hä? Ich sage, lieber jeweils noch einen. Oder so. Sondern ich sage, nicht älter als 30, mindestens Stufe 6. Mehr als eine Million. Und wir suchen ihn erstmal in Europach. Was haben wir jetzt gesagt? Dann Stürmer, ne? Hm. Stürmer, der vielleicht eine Nebelposition auf links oder rechts ausruft. Nee, links ausruft, glaube ich. Aber da haben wir ein bisschen was. Suchen wir uns mal die jüngsten raus. 22, Stufe 6 vielleicht. Hier, 25. 6,8. Am besten ohne Vertrag. Oh, schau her. Da gibt's doch was. Ah, 5,5 mit so. Guter Unterklassiker-Spieler. Da guck mal den Deutscher. Gleich. Einer Ergänzungs-Spieler. Ey, den hab ich, der war schon mal bei mir. Oh, ja, den hab ich dir empfohlen. Ja, weiß das noch. Ja. Verstimmte Vertrag auslaufen, oder was? Ja, der hat dann auch keine Interesse mehr gehabt, zurückzukommen. Ja, und jetzt steht er ohne Verein, du. Uah! Was hat denn der Deutsche drauf? Der, mit dem typisch deutsche Name, Cemal. Der kann rechtsaußen und Stürmer? Der ist halt der reine Stürmer. Ja, dann weg. Vergiss es. Nee, eigentlich nicht mehr. Ich würd gucken, dass wir eh noch mit Neber, mit Neber Positionen finden. Wobei, die muss ja erst einmal scouten, damit du weißt, was die gehört. Na gut, bei dem ist's. Ja, eigentlich würd mich der reizen. Ich tritt sie. Ja. Was ist das für eine blaue Flagge? Starten los, oder was? Ich hab keine Ahnung, warte mal. Kosovo. Kosovo! Ach stimmt, die habe ich ja alle keinen Vertrag. Also brauchst du auch die ablösen, so bezahlen, ist doch geil. Ja. Mach ich einmal gern. Jetzt schauen wir mal, ob es in Afrika was gibt. Ja, rechte Außenstürme, linke Außenstürme. Oh, der erste sieht aus, ja. Ja. Ja, komm mal. 28, linksaußen, rechtsaußen, Stürme, unterklasse der Spieler. Ah, gut, linksaußen. Zumindest als Ergänzungsspieler. Was gibt's in Asien? Oh, schau mal da. Asiade. Ah, der ist doch auch nicht schlecht. Ergänzungsspieler. Guter, unterklasse der Spieler. Und das, äh, Katar. Der hier ist Ägypten, Sudan, Japan, Katar und Afghanistan. Ah, da ist nicht wirklich was dabei, ne? Nee. Wobei mich der schon reizen würde, der für eine Stärke herrscht, würde man. Bescheid? Ja, Scheid. Aber der hat halt nur, der ist halt nur Stürmer. Aber es geht vielleicht tatsächlich den anderen, der Sturm, Hauptposition und rechts und links auch so beide. Ja, schau mal, ich bin jetzt hier gerade in Mexiko. Mhm. Und die können alle bloß die eine Position, Südamerika. Ja. Obwohl, der wäre halt auch interessant, ne? Weil er kurz vor der 7 steht mit 6. Er ist jetzt schon 29. Ja. Aber dann, das dauert eine Weiche, bis der das Next Level erreicht. Der hat der jetzt erst aufgestiegen. Bei welcher war das jetzt, der das konnte? Der Inder, die? Der, 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 der auch, der, genau. Ja. Mein Gott. Weil dann kann ich auch mal mit 3 Stürmern spielen. So, jetzt muss ich nur mal schauen. Euer Papa. So, wie gesagt, nicht älter als 25. Und jetzt ist die Stürmer, haben wir gesagt, ne? Und Kumi-Verein. Und schon ist er nicht mehr dabei. Was? Ja. Nicht mehr dabei. Lang gewartet. Da! Da muss ich jetzt nochmal durchabgrasen. Habe ich jetzt irgendwas anderes getrückt als vorher? Jetzt hat doch hier tatsächlich... Oh, ne, Herr Kischte. Mann, Herr Huff, die noch mitzuschmeißen, du Idiot! Boah, solche Spieler kann ich... Solche Spieler kann ich leider wie Fußpilz herren. Ja. ... ... ... ... ... ... ... Da ist es gut. ich bin gerade kurz abgelenkt ich muss hier nämlich jetzt einem erklären wir wo das ende von seinem gewehr hier an das soll ja wobei halt spielte andere dort dass sie auf neben position spielte auf nebenposition ja den habe ich jetzt noch nicht aktuell noch auf der linksauce spielen ja aber wenn du so siehst du hier fünf stürmer zu viele brauchst du jetzt auch nicht der kann links außen stürmer linkes mittelfeld und noch mal links außen stürmer ich kann jetzt mal auch ins ja football das kommt habe ich könnte in dem stream wenn ich von einem ganz anderen spiel die ganze zeit das bin ich katerplaner zwölf sterne wo auch ja und wie gesagt der chef scout der kann auch der kann auch was ok dann schauen wir mal die motivation an neue superstar ja von wegen abstiegs depression das war noch der erste ding durch den einkauf der neuen spiele das könnte sein auch immer dabei irgendwie der und der freut sich dass der und der stadt gab weil die früher vielleicht zusammen gespielt habe und so geschichte ja ich habe ich habe öffentlich und parkplätze habe ich auf 100 prozent okay das ist das ist auch krass ja aber habe einen haufen geld gehabt weil ich weil ich es immer wieder schafft meine spieler die verträge zu verlängern mit weniger gehalt geht natürlich ja total an der realität vorbei ach gott ja das ist das ich auch so man komme bei dem spiel also immer noch mal zum 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 stam dann aufs er immer sogar ein hinweis krägt was auf bei den und den brennen spieler lauf des vertrag aus okay ja was war das jetzt okay und jetzt habe ich hier mal nicht aufgepasst krieg auch keine warnung auf einmal neue saison habe ich mich gewundert warum nur noch meine halbe kater durch ist mir ein fall ist scheiße ja ganze spieler verträg sind ausgelaufen und ich habe nicht drauf geguckt dass man die verlängert hast du da schon mit top zuschlägen die arbeitet also dass ich was das muss ich komplett meinen assistent machen da habe ich keinen bock drauf da habe ich einen guten abteilungsleiter eingesetzt dass man das gucke durchschnitt davon was gezeigt da habe ich noch nie drauf geachtet trainingsbedingungen club gelände was die was die wolle da habe ich noch nie drauf geachtet wenn ich bin erstmal auf ja also ich habe jetzt gerade 1 2 3 trainingsplätze gemacht und zwei wobei könnte man noch ein dritter kleinfeld platz für das taktiktraining ja das habe ich auch meine gelände an sich gehen ich habe jetzt drei trainingsplätze ein fußball trainingsplatz ja tennis genau fußball tennis ein feld aber hier noch eine umkleide reingestellt schade dass man nicht nur mit der maus oder man kann vielleicht ein paar platzes ne du kannst du kannst ja du kannst nicht nur mit der maus das ist nervig das kostet mich auch massiv aber deswegen finde ich eigentlich die 3d ansicht vom außengelände ganz cool wenn ich jetzt beispielsweise habe ich das jetzt bei mir mal eingeschaltet grad das sieht richtig krank aus und hier bin ich mir noch eine etage drauf gesetzt aufs internat oder? ne bürogebäude ah ja für mitarbeiter alles klar da fällt mir gerade aber was ei wo ist denn hier der virtuelle raum hier ist hightech trainingscenter da baue ich nachher nehme ich auch eins es kostet erlaubt das 1,5 millionen naja gut ich habe jetzt gerade nicht so viel kohle ja bitte schau mal trainingshalte stufe 1 erlaubt bestes training bei großer kälte stufe 2 das gleiche ist nur 4x6 groß im gegensatz 3x5 und es ist halt 4x4 plus 5% für techniktraining plus 5% für fähigkeiten und kostet das allergleiche naja brauchst du nicht lange überlegen brauchst du nicht reha klinik wird auch 5 millionen ne aber ich denke da baue ich doch gleich die dings ne die inside-tech trainingscenter ja das habe ich jetzt auch gerade jetzt gebaut mal stellen das sind dahinter ich würde einen weg entlang machen gleich oder machst du alles tust du alles auf innen einfach drauf klatschen alles klar also bei mir sieht das tatsächlich ein bissl geordnet aus ja und schon habe ich habe ich nichts mehr keine kohle mehr ja okay wo hast du die 3d ansicht aber wenn du heute ansicht wenn du hier beispielsweise wenn ich in meinem in der zentrale bin genau und jetzt gehst du unter auf gelände ansicht ach so na na dann kannst du das das hightech trainings alle anschauen ja ja ich guck sie gerade bei mir aber zum ja ja habe ich ja gesagt allerdings guck mal zu meiner halt zu fuß nur bei deiner halt muss man quer über alle andere gebäude drüber latschen das ist doch gar nicht wahr da haben wir doch da haben wir doch ne ich habe jetzt vier trainingsfelder von den großen drei von den kleinen das einzige was mir noch fehlt ist jetzt ein platz für dieses fußballtennis genau der käfig aber da habe ich jetzt gerade keine kohle dafür muss erst wieder ein bissl warten und sparen so als wenn ich einen guten co-trainer bräuchte ich halt noch der mir dann die trainingsdinge aufstellt auf jeden fall würde ich sagen schon mal beim pressing hat schon wieder abgenommen hm ich habe gerade eine voll geile jugendspieler hat äh hat fünf sterne also bronze ein stern talent hat aber jetzt schon in der jugend stärke von 5,2 in der dritte liga und der kriegt jetzt hat es geht meine saison langsam zu ende er kriegt jetzt hat er standvertrag so jetzt machen wir noch training pressing 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 gegen pressing was soll der scheiß bin ich doch eigentlich gut hier kommt er so morgen morgen muss ich mich mal nochmal meine trainingspläne noch einmal ein bisschen korrigieren guten morgen also ihr gesicht kommt mir irgendwie bekannt ah da ist der 600 stürmer er will aber auch handgelder ja aber das kannst du noch ein bisschen runter schrauben mehr wie 500 gibt es nicht und gehst mit dem grundgehalt noch ein bisschen runter ja und das kann man schon kassieren wir sind langfristig nice ich mache jetzt und ich muss mal oh oh danke für den hinweis ich werde mal schauen das sind zwei zuschauer ja zwei zuschauer ja 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 scheinbar noch ah danke super danke für den hinweis schön dass auch jemand mal schreibt ja so was machen wir mit dem 800.000 handgeld das ist halt auch das ist der den ich auch mit den gaben will oh ja grundgehalt da langt halt auch zu gut primär kann er haben was sie nicht kaufen kaufen andere ja heute war schade ausdauer gefragt der war billig ich möchte wissen ob die sich den vorher überhaupt mal angeguckt haben ja nochmal kriegt er hat keine ansprüche so leiter infrastruktur 30.000 22 haben wir fleiß 4 ähm kannst du mich grad hören ja ich kann dich sehr gut hören ok warte mal kannst du mich immer noch hören immer noch sehr gut du bist wahnsinnig ok ja ja ich versuche grad meine einstellungen was zu finden wo ich das meine sprachausgabe ein bisschen leiser machen kann oder kannst du das nur von dir aus regeln ich kann dich hier ein bisschen leiser machen ja gut also wir lernen dass das stört wenn du jetzt noch jemand zuguckt das passt dann schon damit müsste sie leben aller anfangen ist schwer ja ah guck mal hat schon geschreven super ja das war er vorhin so ah ja genau sag mal was test 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 ja ich verstehe dich immer noch klar und deutlich wunderbar das ist ja schon mal diesen kalt haben zehn fleiß verhandlungen frusttoleranz dann hat er doppelt plus teamführung und loyalität ein einfacher plus kassieren und will nur 19.000 im jahr wollt ihr grad sagen ja boah und den kriegen wir locker runter auf weich was ich gerade sehe bei meinem jugendspieler der will nicht mal handgeld den kriege ich jetzt den geht ich jetzt für 80.000 kriege ich guck mal ob ich noch ein bisschen drücken kann ah das soll ich noch mal ziehen da komm er kriegt die 11.000 11.000 ist in ordnung ja das kalt verstehe ich nicht ungefähr ja ich auch nicht mehr in der lehre vielleicht ist vielleicht nebenjob oder so ja oh ein angebot das ist wieder so schau mal ja quatsch also ich nehme die nie an die angebote her also ich weiß nicht linker außenverteidiger wissen wir nichts stufe könnte 5 5 bis 6 irgendwas sein und stärke will ich ja auch nicht ne man weiß gar nichts drüber ne der könnte jetzt wenn den karpf schon der vielleicht 2,8 stärke dann kannst du grad wieder auf transfer nicht das ist ja aber schau mal das der verein an sich hat eine 7er stärke ja das heißt ja lehnen wir mal ab ja aber für 410.000 da kann ich da kann nichts bei rum kommen vielleicht der ist vielleicht aus der reserve gewonnen oder so ja aber schau mal jetzt schaut doch der kater schon ganz gut aus oder da haben wir jetzt schon ein bisschen was aufgestellt ja du musst nur dann da unten loswerden mit 2 sterne ist das der mit uns kommen noch irgendwas ja na dann musst du loswerden ja ich brauche mit irgendeinen kuh trainern ja ey, ich sag gar nicht ich soll jetzt in der 3. liga mit stärke 68 gegen Sandhausen mit stärke 82 und reden oi 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 ist ja ein sicheres Ding ne ja also für Sandhausen ja so was haben wir gesagt wir brauchen definitiv einen co-trainer ne ja 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 auf jeden fall neun Mitarbeiter suchen. Für was nutzst du als die Aktionspunkte hauptsächlich? Wenn ich unbedingt einen Spieler haben will, aber mir den nicht mehr leisten kann, dann drücke ich das Gehalt mit einem Aktionspunkt runter. Also ich spare mir die auch ab und zu, lade ich auch vor den Spielen, weil du hast ja dann immer in der Mitte so deine Kreise, ne? Und mit einem Aktionspunkt kannst du dir 5 Punkte kaufen. Das weiß ich, ja. Und dann lade ich die manchmal wieder auf. Ich habe auch schon gut verfeuert, wie du siehst, ich bin jetzt in Stufe 7 aufgestiegen. Ja, dann hast du noch zwei Stück. Ja, das ist in der 7er Stufe waren es auch nur 3, was du bekommen hast, wegen meiner schlechten Leistung. Ey, Wahnsinn, jetzt gewinne ich 3-1, ne? Sehr gut. Ja, jetzt kommt der nächste Gegner, wo 20 Stärkepunkte niedriger ist wie ich, der haut mich dann wieder 6-0 raus. So, was wünschen sich denn die Spieler? Ne, also ich nehme ich nehme die Aktionspunkte als ganz gern zum Leveln. Einfach schau mal jetzt, schau mal jetzt, Verbesserungsvorschlag, Trainingshalle Stufe 1. Ja, schön, sonst soll das Hightech-Trainingszentrum nehmen. Ja, und in der Jugend kommt nichts mehr nach, schau mal, das ist, die Jugend ist wahnsinnig schlecht. Na gut, der 4 Sterne immerhin 3,8. Aber du hast, ach, das ist noch ein U17, der steigt noch ein bisschen. U19 habe ich gar keine mehr. Ja, aber du musst die auch ins Internat stecken, da rechts. Wo rechts? Ganz rechts siehst du da die Stärke auf grün alles, ne? Ja. Und du nehmst draus ist doch diese dunkle Häusle. Ja. Und du kannst, das sind die Internate, du musst draufklicken, wenn du online ins Internat runter willst. Du nimmst gerade den, den Heumann, Kilian, den mit 4 Sterne, du klickst gerade auf das Häusle drauf. Nimm das Häusle hin. Ja, ihr Verein habt doch kein Jugendinternat zu müssen. Ah, dann musst du eins bauen. Das auf jeden Fall machen. Ich hab kein Geld mehr. Ja. Was kostet alles? Aber das hilft dir dann noch. Okay. Und dann kannst du nämlich da die Spieler reinstecken und dann machen die den ganzen Tag nichts anderes wie Schuhen und Fußball. Wo ist noch das Jugendinternat? Das ist, ne, das musst du auch in das Bürogebäude, musst du auch klicken. Ne, weiter von links, genau. Ja. So, Jugendinternat. 300.000 und das kann ich mir jetzt da drauf gucken, ne. Ne, das musst du jetzt erst bauen, du hast schon gar nichts. Okay. Und dann, wenn du es vergrößern willst, nimmst du gerade immer wieder Etage und klickst dann drauf, so wie es bei deinem Bürogebäude gemacht hast. So. Und dann kannst du die, dann musst du nur noch einstellen, da unten, ein paar Mal weiter runter. Ne, geht noch nicht. Geht noch nicht. Wo muss ich mit dem Spar-Menü? Ne, ne, scroll genau da, in der Jugendmannschaft, einfach runter. Ja. Weiter runter. Ich bin ganz unten. So müsste eigentlich der Button jetzt frei werden, mit Jugendinternat ausstatten. Okay. Vielleicht musst du eine Woche warten. Also normalerweise ist das Ding ja... Vielleicht habe ich es auch gar nicht. Doch, ich habe es gebaut. Ja. Na ja, dann lass mal die Woche einfach mal laufen. Lass mal die Woche rumgehen und dann gehst du auf Ausstatten. Dann kannst du nämlich auch sagen, wie viel, ähm, wie viel Zimmer du haben willst. Mhm. Und, ähm, weil die kostet ja ein bisschen Geld. Und dann steckst du die Typen da rein. Servus, Peter. Bullenhai, was meinst du mit schwere Einstellungen? Ach, schwere Einstellungen. Ähm, im Spiel meinst du wahrscheinlich? Ach, der Peter schon. Ach, das ist dann... Ach, der wechselstellt sich seinen Namen. Ich erkenne den gerade. Ja, nein, den hat jetzt schon lang. Ja, okay. Also Peter, mich hören alle außer du. Das kann... Das ist dann komisch. Äh, Lorenzo Willig. Wer ist denn das? Den gibt's bei mir gar nicht. Doch, da. Ach, Chef Scout. Der wünscht sich jetzt schon eine Vertragsverlängerung. Ah ja, kann er haben. Aber darf nicht teuer werden. Wer disst? Soll ich dich ein bisschen dissen, Peter? Aber Peter, schau mal. Hier. Ich glaube, der will wissen, wer... Das ist komisch, wenn die Kamera spiegelverkehrt ist. Schau mal, Peter, hier. Die T-Shirts sind live. Ja, Bullenhai, das ist... Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir das Spiel einfach so geholt. Hab das gespielt. Ich wollte einfach mal wieder ein Manager-Spiel haben. Ich hab keine Ahnung vom Fußball. Mir macht's aber Spaß. So, Training. Jetzt wird er mal... Ich hab doch... Ah, meine fertigen Wochen sind nicht mehr da. Nach der neuen Situation. Ah, die Vorspeicher hat er gewonnen. Scheiße. Da müssen wir das Press noch mal reinsetzen. Bullenhai, ich kenne das gar nicht anderes als wie Scouten. Scouten musst du halt, wenn du Spieler, die noch einen Verein haben, dann kannst du die Scouten. Weil dann kannst du deine Scouts hinschicken und Stärken, Schwächen und Charakter rausfinden, umso länger du die Scouten hast. Und bei uns im Scouting hier kannst du dann auch, was wir vorhin gemacht haben, auf vereinslose Spiele gehen. Und die kannst du dann sofort holen. So, Pressing. Flügelspiel ist geil. Das lassen wir mal. Das würde ich sogar alles mal so lassen, hm? Speicherst du gleich, oder? Nee. Das kommt ja dann eh das erste Spiel. Was für eine Miserate. Oh, ja. Ich glaub, da will ich keinen. Da bleib ich bei den Ehrenamtlichen. So, Abteilungsleiter von 9R, den möchte ich gerne behalten, ne? Aber fleißig ist der nett, gell? Ja, aber er ist gut. Fleißig ist er nicht. Dann bietet man mal ein bisschen weniger an. Eigentlich suche ich eine neue Herausforderung, ja. Schön für dich. Dann bietet mir die mal so wenig an, dass du gar nicht mehr bleiben willst. Ja, sehr gut. Ja, Peter, ich weiß. Cooles Shirt. Heute ist hinter mir liegt Stefan Sainz. Irgendwo da hinten. Da kannst du es sehen, hier. Da, genau. Da liegt Stefan Sainz. Da könnte auch Deins liegen. Und ein Benny Sainz. Ihr müsst auch sagen, was ihr für uns wollt. Wieso, was wir schon sagen? Was war? Ich kann vom Design her, kann ich alles machen. Also Ärmeldruck. Bei mir kommt jetzt dann noch, werde ich morgen machen, kommt es dann noch das Twitch-Logo und mein Twitch-Name drauf. Okay. Und ansonsten kann ich machen, was ich will. Aber ich finde es halt schon allein von unserem Clan hier. Bullenhaif, als du eine weiße Graue Panther. Kannst du dir auch ein T-Shirt kaufen. Also das Graue Panther, das der die tatsächlich auch drauf machen, könnte dann zu Isch oder... Ja, das hier halt, ne? Da sind wir da rein. Das ist schon praktisch die Schlagzeile. Alter, das ist echt, wenn die Kamera... Das ist... Ah, so weit kann ich meinen Arm gar nicht raus tun. Ja, jetzt auch. Ne, Graue Panther und drunter halt der Spielername. Bei dir würde halt dann Knoppers stehen. Ja, ja, cool. Das ist feinste Kick-Qualität. Dann kommt man, könnte so die gängige Spiele, die man spielt, wo man dabei ist, als Logo auf der Ärmel machen. Äh, was? So wie dein W.O.T. oder Red Dead oder GTA. Ja klar, du kannst auch den ganzen Rücken mit einzelnen Logos vollpflastern. Wie gesagt, ich habe hier in der Ecke, da steht eine Heißwalze. Da kann ich die durchziehen und draufpressen. Geil. Und wenn ich 200 T-Shirts verkaufe, kaufe ich mir eine Thermopresse. Ne, die Qualität ist definitiv nicht das Beste. Wie gesagt, ich habe in Stefan mal geschaut, bei Spreadshirt und überall. Da koste ich ein T-Shirt in dem Design mit Ärmeldruck 25 Euro plus Versand bis bei 30 Euro. Nimmst du 25 Stück. Dann wäre der Rabatt schon da. Aber durch das, dass sich der Name immer wieder ändert, verlangen die dafür extra Geld. Also du müsstest 20 Stück pro Name nehmen. Och Gott. Und ich habe jetzt ausgerechnet, ich habe mir jetzt die Transferfolien geholt, die T-Shirts aus dem Krieg gekauft. Da macht man kein Geheimnis draus. Das ist 1,99 Euro pro Shirt. Die Folien dazu, meine Stromkosten, meine Druckkosten. Ich kann ein T-Shirt für 7 Euro bis 7,50 Euro weggeben und halt Versandkosten, Wahnsinn, 2 Euro oder 1,85 Euro, was das kostet. Also für 10 Euro dabei. Für ein Zehner zu Haustür ist das in Ordnung und vielleicht 1 Euro in die Vereinskasse. Ja. Da machst du nichts verkehrt, kannst dir waschen bis 30 Grad. Der Druck sollte seine 20 Wäsche aushalten. Wenn nicht wird nachbestellt, mit deiner Thermowalzer dann. Genau. Noch kein Jugend in der Naht. Achso, jetzt muss ich es ausstatten, warte mal. Genau, jetzt muss ich mal nochmal runter scrollen. Scrollen wir runter? Achso. Nee, 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 bei Jugend. Nee, kann ich immer noch nicht. Nein, bei Jugend. Ja, bin ich schon. Nee. Doch, schau. Ach doch, schaust ich. Hä, aber warum geht das bei dir nicht? Ja, jetzt schaue ich nochmal ins... Ah, das ist doch verfügbare Plätze auf dem Clubgelände, 2 ist dann da. Ach, wollen halt, danke für den Hinweis, aber nee, dann lieber mit scouten. Das macht das Spiel ein bisschen interessanter, glaube ich. Oder muss ich da eine Etage draufsetzen? Ja, mach halt mal, du hast auch die Kohle. Ach, ich hab die Kohle, ne? Na, hast du die Kohle dabei? Büroetage, Vorbau, 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 da gibt es aber auch nichts anderes. Ich kann nur noch eine Etage draufsetzen. Genau, genau, genau. Ja, aber so viel Kohle habe ich nicht. Was, 300 Euro? Ja, habe ich nicht mehr. Oh, ja, ich sag's Gott. Musst du machen Kredit? Ja, nix gibt's. Nix gibt's, nix gibt's, nix gibt's, ja. Ich lebe jetzt schon am Limit. Das ist mal bei mir, gucke, hä. Ah, die haben keine Interesse. Hängt das damit zusammen, dass du's direkt mit der Straße gebaut hast? Vielleicht sind ja die Fußwege doch sowas nütze. Meinst du? Ich weiß, nee, ist jetzt eine Verbindung. Ich hab jetzt gerade bei mir geguckt. Bei mir sind die alle mit Fußwege zur Straße verbunden. Mit Fußwege zur Straße? Ja, sie sind direkt an der Straße gebaut. Okay. Aber das wäre jetzt lächerlich, wenn das, wenn du auf so Detail achte, ähm, und dann nicht drauf achte, dass bei der Vertragsverlängerung das Spiel da weniger Kohle kriegt. Ja, pass auf, dann, wenn ich, ich kann doch in den Abrissmodus auch irgendwie gehen, ne? Ja. Genau, Baumodus, Abrissmodus. Genau, wo schuft das Baumodus oder Kicke? Genau, da. Äh, aus dem Werten Abrisskosten sind sie, nee, dann nicht. Weil ich krieg die Kohle. Nee, krieg's nicht mehr. Ja. Oh, ich kann nicht sehen. Ach. Alter, der schaut schon cool aus, das Jugend-Internat, ne? Hm. Aber Zugang, also von daher, ich glaube jetzt nicht, dass es damit zusammenhängt. Das wäre jetzt echt lächerlich. Naja, es hat halt, nee, das schau mal, das hat auch direkt Parkplätze vor der Tür. Das ist absolut okay. Vielleicht dauert es einfach noch, bis gebaut wird. Nee, nee, die Sachen sind sofort gebaut, das ist ja das Problem. Das ist ja das, was viele jetzt auch in der Vorbereitung ein bisschen bemängelt haben. Aber, dass du Bauzeiten, wenn du baust, ist sofort, ähm, das Gebäude da. Okay. Ja, kann ich das, nee, man hat aber auch nur Abrissmodus und Baumodus, ne? Man kann nichts mehr verschieben. Nee. Da unten kann ich nur auf 3D-Ansicht, da noch gehe, auf das Gelbe ohne, aber, das war's dann. Was haben wir denn jetzt gebaut? Da kommt, da kommt, da habe ich den jetzt gebaut, ich hoffe nicht. Doch, da, links, unter, da hast du jetzt was hier gebaut. Ja, das ist schon wieder weg. Okay. Da musst du immer dran denken, du, ich bin dir 3-6 Sekunden voraus. Ja, ja. So. Jetzt kann man mal wieder Pressing gegen Pressing passt, dann gehen wir mit der Intensität runter. Dann hauen wir noch ein bisschen Konter rein. Auch die Intensität wieder ein bisschen runter, dass die Spiele nicht allzu fertig sind. Und dann hätte ich ganz gerne noch die Abseitsfalle trainiert. Die Dribblings. Das ist, dass die Basics einfach ein bisschen bleiben. Oh, hast du wieder an? Oh, ja, warte. Kein Problem. Nee, nee, das ist. So. Aber keine Erholung, die dürfen sich auslaufen. Und die sollen, was sollen die arbeiten? Den Tor abschließen. So. So, woher läuft? Ich bin mal kurz 2 Minuten im Hintergrund. Aha. Mein Stuhl wird euch weiter unterhalten. Bis gleich. Yay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, da bin ich wieder. Ist der Bieter eigentlich am TS? Nein. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Nein. Ach, die T-Shirts, ich habe da auch noch ein Sondermittel. Wenn ich sie vorher getragen habe, kostet sie nur 25 Euro. Oh, mit Duftmarke? Ja. Gibt es ja da ein passendes Slip dazu. Die gibt es kostenlos dazu, wenn es die 2 ist. Jawoll. Drei Farbe stand, oder wie? Okay, jetzt wird es eklig. Sorry. Sorry. Ja. Dann schauen wir mal. Oh, schau hin. Schau an, schau an. Den stärken Unterschied. Schau an, schau an. Schau an. Schau an. Schau ganz gut aus. Halt. Guck mal, dein linker Außenverteidiger. Habe ich gerade ersetzt. Ah, okay. Ja, ist jetzt halt zu spät. Den rechten Außenverteidiger habe ich keinen zweiten. Hast du noch einen besseren offensiver Mittelfeldspieler? Ja. Guck mal, den Lind, der hat das als Nebenposition. Ja. Guck mal, der hat, äh, dein, der Philipp Meier, der hat. Den habe ich gerade ausgetauscht. Ja, ja, guck mal. Das macht ja viel besser, aber der. Ja. Doch. Oh, aber der Siemann, der Leander Siemann, der Innenverteidiger, guck mal, der hat Form Null. Ich glaube, der reißt jetzt das Spiel runter. Was hat er Form Null? Ja, guck mal, bei der Form. Hast du da noch einen? Der muss ich austauschen. Ja. Der geht auf den Platz und klappt gleich zusammen. So, jetzt sind aber hier, ah, den soll ich vielleicht ein offensiver Mittelfeld, sollte ich vielleicht noch tauschen, ne? Der hat nur Form 4. Mhm. Ja, deine Spieler sind alle ein bisschen. Ja, das war das hatte Training. Ja. Ja. Ich glaube, so lassen wir es mal laufen, hm? Wobei sie sind fitter wie der Gegner. Ja. Schauen wir mal. Was spielen wir? Schauen wir mal. Die Fähigkeit, Spiel zerstören, direkte Pässe habe ich 100%. Boah. Direkter Angriffsfußball kann ich mittlerweile auch ganz gut. Und Angriffsfußball mit kurzen Pässen 100%. Ballbesitz. Mach mal abgesichert ruhiges Aufbauspiel. Da bin ich relativ gut. Ja, das habe ich auch 100%. Genau, mit wenig Aufwand und 100%. Genau. Variables Pressing. Ist jetzt ein bisschen auf Konter. Und wir sind faire Sportsleute. Und wo gehen wir rein, haben wir gesagt. Über die rechte Flanke. Nein. Ich bin den Verteidiger, der gewinne Minus. Wollte gerade sagen, geht ja 60% über rechts bei dir. Ja. Das können wir gleich so lassen. So. Na dann. Jetzt bin ich auch gespannt. Anpfiff, erste Runde, vierte Liga nach dem Abstieg. Wollen wir noch irgendwas sagen? Nein. Anpfiff. Darauf ein Lüsschen. Ja. Es läuft noch alles zu schnell. Schatz. Nein, das ist so weit. Guck mal. Rote Karte und die schaffe es trotzdem, dir das Anschlusstreffer reinzuhauen. Oder das Ausgleichstor. Guck mal. Mhhhhh. Mhhhh. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ja. Oh, sieht doch gut aus. Definitiv. Komm doch mal. Jawoll. Jetzt müssen wir mal kurz. Jawoll. Ah, schau dir, der Bullenheuer ist weg. Ah, okay. Da kann ich jetzt wieder rülpsen und furzen. Ja. Und Peter schaut auch nicht mehr zu. Glaub ich. Jetzt steht nur noch eins unter. Ah ja. Nein, echt, schau dir das an. Ich sehe gerade nur einen schwarzen Bildschirm. Ja. Ah, jetzt. Ich glaube, der Lidschauer wird Spieler des Spiels. Ich denke auch, der hat schon drei Tore geschossen. Ja, okay, jetzt hat er eine gelbe Karte geknickt. Jawoll, schön rasiert. Ja. Ah, hast du noch den Zwick im Tor immer noch? Ja, natürlich. Den gebe ich auch nicht her. Der spielt noch, wenn er 40 ist. 5. 1. Geil. Weißt du was krasses? Hm? Genau, ich schalte die Beleuchtung in meine Rechner ein. Was? Was machst du? Ich habe die Beleuchtung in meine Rechner jetzt eingeschalten. Wow, ist das hell. Ist der Wahnsinn, ne? Ja. Raus geht es immer nicht mehr. Aber wenn es verkehrt für uns so mache, wenn dein PC runterfährst, dann ist das auch schon dunkle. Oh, ich glaube, ich kriege wieder ordentlich was aufs Deckelchen. Spiel zerstören habe ich bei 4 Sterne. Variables Pressimo. Pressimo. Ja, das passt. Hier haben wir noch. 735.000 Transfierbudget. Wegen Gebäude kannst du nochmal mit deinem Vorstand verhandeln. Meinst du? Mhm. Dann kannst du vielleicht nochmal dein Internat aufstocken, ne? Nein, ich will nicht alles rauspulfern, aktuell. Ich kann immer noch nicht alles rauspulfern. Ich kann immer noch nicht das Jugend-Internat ausstatten. Ja, mir nicht. Deswegen mutert mich jetzt echt. Allmächt. Jetzt gewinne ich wieder gegen Mannschaft, wo ich eigentlich gewettet habe. Ich kriege da jetzt mal richtig der Frack voll. Ja. Dann guckt man wahrscheinlich auch wieder so eine Gurke-Truppe und zieht mir dermaßen die Löffel lang. Jetzt schauen wir mal, was ein Co-Trainer auf dem Markt gibt. Schau mal, ich wäre ein 4 Millionen Deal in der Bande, wenn ich nicht alles verkauft hätte, ne? Ja. Ach du Scheiße. Nö. Was hast du schon? Ich erwarte, der hätte sich doch keine Bande. Doch, das war Bande. Bist du sicher? Ja, schau hin. Bandenwerbung. Ja, Moment. Und hier? Haar Hotels. Boah, das ist schon mal Wahnsinn, dass du das in der 4. Liga kriegst. Vielleicht haben die noch nicht mitgekriegt, dass ich in der 4. Liga bin. Wahrscheinlich. Das war ja gut. Na, Gespräche kann ich leider noch nicht vereinbaren. Ah, ok. Ich glaube, da muss ich erstmal wieder meine Beliebtheit im Präsidium steigern. Aber es ist echt witzig, dass bei dir bzw. dass bei mir manche Schaltfläche oder Darstellungen noch schon ein bisschen anders aussehen, wegen dieser Bundesliga-Edition. Ja. Also es ist minimal. Ja. Aber ein paar Sachen sind an der Stapel. Ja. Radationen erstmal erhöhen. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Woche. DFP Pokal. Ja. 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 Das war ja schon. Ich finde das konnte. Ach ja. Bei dem Fernsehen. Alles klar, danke. So, vor dem GPB-Buch halt dürfst du sich erholen. Es gibt immer noch keine. Schau dir mal die miese Auswahl an. Och Gott. Erschuldigt jetzt. Sollte ich warten? Oder soll ich mir den Besten einstellen? Ja gut, mit dem kannst du gleich mal über Brücke. Ja. Aber du willst einen Vertrag bis 28, du willst einen Vierjahresvertrag. Kannst du auch noch ran. Er würde auch extrem gerne kommen. Ja, ist schon klar. Ob wahrscheinlich gerade eben, ihr saufen auf der Couch. Boah, nimm da an. Ich habe mir für die Saison verpflichtet. Ich bin ja da deutlich fitter wie ich in der Thematik. Wie ist denn das? Du streamst ja jetzt hat. Braucht man da irgendwas extra? Oder kann das jeder mit einem Twitch-Account machen? Einstelle, hochlade, fertig. Es gibt viele verschiedene Software zum Streaming. Ich benutze vom Streamlabs das OBS-Studio. Ja. Es ist sehr umfangreich. Es gibt einfache Programme. Du kannst aber hier gleichzeitig mit sechs Audiospuren arbeiten. Du erstellst da halt deine Szene, wie jetzt, ich meine, Kamerabild, die Aufnahme vom Monitor, den Chat, die Follower, alles Mögliche. Jetzt musst du halt alles selber erstellen, die Szene erstellen. Das ist wahnsinnig umfangreich. Ich habe da bestimmt auch zehn Stunden YouTube-Tutorials geschaut. Ah, okay. Aber sonst kann das jeder machen, ja, wenn du einen Twitch-Account hast. Ja, also das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass du irgendwie ein Abo haben musst, damit du streamen darfst oder sonst irgendwas. Nein, du kannst natürlich ein Prime-Abo machen. Da hast du dann mehrere Möglichkeiten. Okay. So, das Ringsziel, was macht man? Defensives Mittelfeld. Manndeckung. Ballbehauptung. Zwei Kampf. Ganz rechts. Ich bin mir überlegen, ob dann der Ballbehauptung nicht sinnvoller wäre. Oder die Manndeckung. Als Defensivspieler. Ähm. Ja, aber der ist recht flink. Da wäre vielleicht Ballbehauptung. Na, mit beiden Kampf. Vielleicht nicht schlecht. Doch, Zweikampf. Okay. Ich habe auch einen ganz witzigen Bug bei mir. Ich weiß nicht, es müsste bei dir eigentlich noch gehen. Wenn die Woche rum ist, probiere mir mal ganz kurz was aus. Dann suchst du mal, dann gehst du mal über die Statistikzentrale, gehst du mal in die dritte Liga, suchst du mal der SV Waldhof Mannheim. Und dann sage ich dir zwei Spielernamen und dann guckst du mal, ob die noch da sind. Weil das ist eigentlich ganz witzig. Weil das ist eigentlich ganz witzig. Die haben da das selbe Spielerbild genommen. Nix? Ja. Und sind keine Zwillingsbrüder. Ich habe keine Spieler mehr mit Form. Mir fehlt ein Innenverteidiger. Ganz ohne, der Scheldhauer. Mitus. Aber halt da Form Null. Ja. Der Simon, auch Form Null. Bei uns ist es, der wäre billig, aber... Der ist krank. Oder krank, ja. Und das sind DFB-Pokalen, ja. Oder wenn du an einer Reformation spielst. 4-4-2 oder sowas. Weil dann brauchst du nur zwei Innenverteidiger. Irgendwie nicht. 4-4-2 Linie. Psyche? Nein, Linie Raute. Alle mit vier Innenverteidiger. Nein, nein, nein. Du brauchst zwei Innenverteidiger. Ach so, ja. Und bei 5-3-2 Schald 3 Innenverteidiger. Ja, dann fällt mir das rechte Mittelfeld jetzt aus. Ah, okay. Warte mal, kann der... Ja, aber der holt schon dann so, wie es... Der Trio, kann der nicht linkes Mittelfeld... Nee, der kann Stürmer spielen. Der ist schon eigentlich ja Stürmer. Ramos. Ramos ist Hauptposition, rechter Außenstürmer. Das fehlt mir alles nicht. Boah. Ich meine, schau mal. Ich stärke 111. Bei VfB? Na ja, gut. Da kannst du eigentlich auch mit drei Mann aufmarschieren. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ich gebe mir jetzt auch mal wieder der Wrack vollschlagen lassen. Komm ich hier runter. Ohne Einsatzspielen. Was hast du schon jetzt gemacht? 4-4-2? 4-4-2 Linie, glaube ich. Soll ich Ihnen sagen, das sind so... Lasst den DFB-Pokal sausen. Ja, komm. Wichtig ist, dass sich niemand verletzt. Hebt er die Option auf. Ja. Ja. Ja, du erwartet, oder? Ja. Vorberallt, Entschuldigung. Macht nix. Schalt die Kante zu. Jetzt hätte Lied, wäre es so, da kam alles drauf und vormal. Was sind denn das für eine Einstellung? Halter Schwede. Ach nö, geh weg. Ist jetzt auch genauso, ich könnte jetzt auch von der Quelle her, was ich aufnehme, könnte ich auch mit was von der Quelle, die ich aufnehme, ich nehme meinen zweiten Monitor auf. Ja. Und immer wenn ich rausgehe, wechselt der ja. Ja. Das könnte ich umgehen, wenn ich hier jetzt auf Game Capture umstelle und einfach eine Vollbildanwendung erfasse. Okay. Dann könnte ich das umgehen. Ja, Gott. Aber ich spiele das Spiel selber im Fenstermodus, neben dem Monitor auf und könnte dann rausgehen, ohne dass was passiert. Würde man nicht mitkriegen, dass du dann wechselst, ne? Ja, genau. Aber ich will mir eh noch, sag mal Weihnachten rum, neuen Monitor holen. Hm. Stefan hat ja anscheinend so einen krassen, so einen gecurveden, so einen großen. Den will ich mir auch holen, den man so Vordergrund hat. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, weil das hat man es mal erzählt. Äh, das ist ein 27 Zoll. Boah. Das schreibt, der steht so in der Ecke von der Dachschräge. Aber ich habe schon so gecurved. Also ich habe schon Probleme mit meinem zweiten Monitor, der steht schon relativ weit im Tisch drin. Ja. Ja, das ist bei mir genauso, ich habe diesen 49 Zoll Monitor. Oh, Ehretreffer. Und den habe ich bei mir in die Wand gehängt. Das hast du mir mal gezeigt. Genau. Du hast mir mal die Kamera rumgedreht, das weiß ich noch. Und der 24 Zoll steht halt vor mir und wenn der als 1927 hinkommt, dann wird der Kontrollmonitor irgendwie anders hinkommen. Muss ich mir überlegen. Ah, die Decke oder so. Ja, ich bin ja ein bisschen pervers, was das betrifft. Also ich habe das schon gehört, das war dann wahrscheinlich so ein Halter, so ein Doppelmonitorhalter oder so. Mal gucken. Vielleicht auch hochkant. Nur für den Streamchat oder so. Ja, ich muss mal bei mir daheim sowieso mal. Bei Büro schrägstrich Esszimmer ein bisschen mal umgestalten. Und vielleicht mal den Schreibtisch ein bisschen anderweitig wo platziere. Dann wäre eventuell auch so gekürzt. Ja, Schreibtisch kann man das bei mir nicht nennen. Das ist ja auch nur so ein Baumarkt-Standfuß. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, da liege wahrscheinlich als Stahlträger drauf oder so als Stabilisator, oder? Nee. So, Wahnsinn, wie sie als Trainer beim richtig großen Club, das ist mein Verein. Ja, ja, das kommt gut. Außer sie wollte nicht loswerden. Nee, hast Glück. Starker Charakter. Ja, scheiße auf euren DG-Pokal, Alter. Höchster Heimniederlag. Ja, mein Gott. Gibt Schlimmeres. Wenn das 7 zu 1 sein könnte, wie die Deutschlandsäge Präsidien. Ein Torwart. Ablehnen. Ja, war doch schlecht gelaunt, der Typ. Ja, welche Form du, Depp. Ja, nicht vorhanden. Du kannst aber auch draufgehen und deinen Co-Trainer alles machen lassen, ja? Bank besitzen, das Team teilen und dann jammern sie trotzdem. Ja, ja, kommt trotzdem. Habe ich immer in der ersten Saison, habe ich das Thema auch schon gehabt. Na, jetzt schauen wir mal. So, jetzt pass mal auf, genau. Ja, gehen wir mal, also da braucht man schon nichts machen. 92, 90. Ah, drei Spiele bei den nächsten zwei Spielen. So. Jetzt, ähm, muss ich nur gucken, dass ich dir halt hier nachher komme. Geh mal auf Statistikzentrale. Dann suchst du mal die dritte Liga raus. Wo suche ich die? Unter links, unter links, genau. Und dann ganz unter, hascha die Liegen. Kannst du doch sagen, bei dir steht jetzt Regionalliga Bayern, nennen wir mal die dritte Liga. Habe ich. Jetzt gucken wir mal. Ach Gott, Waldhof ist bei dir gar nicht mehr drin. Sind die vielleicht, guck mal, zweite Liga, sind die vielleicht umgestiegen? Auch, oder wahrscheinlich abgestiegen. Auf welchen Verein suchst du? Waldhof. Waldhof, Mannheim. Da ist er, da ist er. Neunter Platz. Ja. Geh mal da drauf. Also, rechtsklick geht das. Kader? Ja, genau. Ja. Kader, erste Mannschaft. So, jetzt lass mich das grad mal kurz gucken, was da für Spieler drin sind. Stimmt total witzig. Ähm. Ach du Scheiße, ich blick schon gar nicht mit. Ach, aber die sind ganz andere Spieler drin. Ja, vorbei. Ah ne, gut, dann sind die schon nicht mehr, sind die schon nicht mehr da in der Mannschaft. Weil die habe zwei Spieler genommen. Es war den, äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, den, ähm, Dominik Martinovic im Sturm und den Anton Donkor in der Verteidigung. Und es ist bei beidem Mal derselbe Spieler, nur zwei unterschiedliche Binder. Auch cool. Und ich habe dann irgendwann gedacht, sag mal, das stimmt doch irgendwas nicht, das stimmt doch was nicht. Und dann habe ich die mal nevanderun aufgemacht, konnte ich mir dann mal vergleichen, kann schon zwei Spiele aufrufen. Und dann sehe ich erst, dass das zweimal dasselbe Spieler ist, nur ein anderes Vortokschosser. Na, einmal grenzt er mit offenem Mund, einmal mit geschlossenen Mund. Schau mal, jetzt geht man Jugend in der Naht. Ah, okay. Ne, geht's nicht? Doch. Weil jetzt steht nämlich da Plätze belegt, monatliche Kosten. Ausstellungskosten. Ja, das war vorhin aber auch schon. Na. Doch. Du musst nämlich, der Button muss frei sein. Der muss so hellblau sein, wie da oben. Ja, aber schaut doch auch hier, hier können Sie von den Plätzen bezugsfertig machen oder wieder auflösen. Ja, aber guck doch mal, Plätze belegt. Nur, was auch ein schickes Thema, nein. Ja, mach das mal. Musst gerade hin auf das Häusle. Hat noch kein Jugendinternat. Aber das stimmt ja nicht. Ja. Ne, aber das stand vorhin wirklich nicht da. Doch, doch, das habe ich vorhin gesehen. Ja? Ja, genau. Weil dort unten noch verfügbare Plätze sind zwei. Du hast nämlich mit jedem Stockwerk hast du, glaube ich, zwei Plätze am Anfang. Ne, und die musst du halt noch aktivieren oder ausstatten. Okay. Und deswegen stand der Button da unten frei. Ich würde es jetzt natürlich gerne bei mir zeigen, ne. Und du baust es, dann musst du es ausstatten und dann kannst du die Foodstore reinstecken. Vielleicht kommt das noch. Also ich bin mir sicher, das war vorhin noch nicht da. Doch, doch. Also, ich habe es vorhin gesehen, mit 30.000 pro Platz und die zwei Plätze, die noch nicht vergibbar sind. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass die Schaltfläche nicht frei hier wird. Oh, ist der beidfüßig? Ja, der bevorzugt rechts. Ganz schön viele Schwäche. Ich bin da so ein makabrisch Kerlchen, ne. Wieso? Jetzt geht es ja bei uns in Bayern auf die Wahlen zu. Ja. Und du wirst immer gefragt und dann, ja, bekannte gefragt. Ja, kennst du diese Wahl-O-Marc-App? Ja, klar, finde ich dir. Ja, was ist denn bei dir rausgekommen? AfD. Ja, bei mir stand da, die Partei, die zu mir passt, ist seit 45 verboten. Mal gucken, wie viele Zuschauer. Ah, okay. Kannst du weiter sprechen. Oh, Mann. Also bei mir kam damals, wann war das Superwahljahr? Ich glaube, 2017, oder? Ah, ich spreche ich gar nicht mehr. Ja, doch, 2017 war das Superwahljahr. Und da habe ich dann auch mal mit diesem, mit diesem, mit dem Automator, mit dem Wahl-O-Marc-App gespielt. Hm. Und dann kam bei mir bei, ich glaube, vier Versuche, kam einmal CDU raus. Okay. Einmal kam, ich weiß gar nicht, Linke raus, oder so. Und zweimal AfD. Ja, aber wobei ich sagen muss, die AfD hat halt einfach das Programm, das passt, ne? Ja, sie setzt es halt bloß scheiße um, oder beziehungsweise sie verhalte sich halt wie die Angst im Wald. Das ist halt das, was scheiße rumkommt. Aber es sind schon manche Sachen, wo nicht so dumm sind, ne? Sie bringen es halt nur dumm rüber. Ja, und wenn sie es gut rüberbringen, dann haben sie kein Programm dahinter, kein Statement. Ja. Das ist es. Die Henna hat ja grundsätzlich nichts in der Partei, wo er Ausstrahlung hat. Ja. Den ganzen Haufen kann ich ja komplett vergessen. Hast du gelesen, in meiner Mannschaft kommt es zu Rangeleien? Nee. Was? Ah. Ach wohl, ich habe doch jetzt einen Co-Trainer angeheuert, ne? Wahrscheinlich verschlage sie den gerade. Ja. In der Mannschaft kommt es heute einigermaßen zu kleinen Rangeleien. Der Frust über das Ausschalten im Pokal sitzt tief. Ach ja, Gott. Das ist jetzt aber ein Jammer-Nufo-Oben-Niveau, ne? Klar, für die Liga und dann DFB-Pokal gewinnen, oder was? Hm? Für die Liga und dann DFB-Pokal gewinnen. Also ich habe ja, bis ich jetzt mal richtig in das Spiel reingekommen bin, habe ich ja ein paar Mal angefangen. Also ich bin meistens ja gar nicht über die dritte, vierte Saison hinausgekommen. Und ich habe zweimal mit Hoferheim angefangen. Nein, doch mal. Und habe in beiden, beiden Spielen, aber in mindestens DFB-Pokal gewonnen. Und beim zweiten Mal sogar zusätzlich noch der Europakampf. Aber in die Liga voll verkackt. Oh, schau mal. Es war ein Abstiege, aber war nah dran. Da sollte man doch die Mitte angreifen, hm? Ballbehauptung-Ballgebene negativ, Dribbling-Kreativität negativ, Schuss-Kraft-Tor-Riecher negativ, Dribbling-Negativ. Was hat denn der da links, der Fabian Schnabel? Eine Ballbehauptung-Minus, Ballgebene-Doppel-Minus ansonsten. Würde ich, würde ich mitte oder links gehen? Naja, ich habe mir überlegt, mitte rechts da. Okay. Der Tor-Riecher Minus. Und der, der war gut im Zweikampf. Der Elfmeter ist uninteressant. Der Langkorn, dann kriegst du. Was ist noch ein Ding? Andritt, Stellungsspiel. Ecken kurze Pisse, Schnellkopf-Schuss-Kraft, der ist gut. Und der Tor-Riecher Minus ist auch nicht schlecht. Warum ist denn unsere Abwehr so scheiße? Ja, das raffe ich manchmal auch nicht, du ohne die Anzeige. Vielleicht wenn die Spieler doch alle relativ gut nachstehen. Ja, dann zeigen wir denen ja halt einmal, wie man spielt, hm? Genau. Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Auf Offensiv. Wie soll ich sagen, die linke? Ja, die Mitte ist von dem Tor. Mitte, Mitte und rechts wolltest du hier ein bisschen. Oder halbrechts. Na, komm. Gehen wir mal rein, die ersten 10 Minuten. Na, mach gar nichts. Oh, sie greifen an. Das Spiel zerstören und direkte Pässe spielen die. Und was war das halt? Gleich der erste Angriff kommt vor P. Ja, da musst du dann gleich die Taktik anpassen, ne? Äh. Dann musst du gleich auf, weil das spielen die, spielzerstören direkte Pässe. Ja. Und dann gehe ich halt auf den Ballbesitz, gehe vorsichtig defensiv rein und lasse mein Pressing und nehme die Zweikämpfe an. Also, auf das reagiere ich halt immer noch mal. Ja, du hast ja, glaube ich, auch Ballbesitz, beziehungsweise Ballgewinn. Da glaube ich, hast ja auch ein paar gute. Ja. Na ja, aber nicht denn. Ach, du Scheiße. Da ist der Schnabel. Ja. So, jetzt gehe ich mit der Taktik dann gleich noch mal raus. Oh, jetzt hast du ein Freistoß. Ja, der war aber nichts. Okay. Dann gehe ich auch mal auf Bauspiel. Das ist echt ein bisschen doof, dass ich das so spät sehe erstatt. Ja, das ist je nachdem, wie die Internetleitung ist. Mhm. Da, ein Konter aus dem Tor raus. Mhm. Oder Tor hat. Ach, schade. Na ja, die Vorausgaben ist ich schon. Machen mir keine Sorgen. Kommt alles. Gut, wie schaut's denn aus? Haben sie reagiert? Null. Dann sollten wir vielleicht mal heute über rechts gehen. Ich hab's auch ganz schwarz in meiner Mannschaft, ne? So richtig, richtig schöne, dunkle Kerl. Oh, hat einen geilen Vornamen, Manfred. Oh, scheiße. Es kann ja jetzt echt nicht wahr sein, ja. Jetzt muss ich, jetzt muss ich ein bisschen, glaube ich, offensiv, aber... Ja, ich soll vielleicht auch mal ein paar Stürme einsetzen, ne? Ja. Nee, das ist auch schon wieder da, der DREO spielt in der Innenverteidigung. Obwohl es eigentlich ein Stürmer ist. Mhm. Verstehe ich auch nicht. Oh, endlich mal wieder ein Sieg, ja? Also, ich find, das ist immer noch so ein bisschen der Glückskeks, nur mal hier. Ob gewinnst oder verlierst. Ah, jetzt haben sie ja rote Karte gekriegt. Oh, ja. Jetzt brauchen wir noch offensives Mittelfeld oder ein Stürmer. Jetzt setzen wir doch... Jetzt setzen wir doch als hängende Spitze ein, oder? Jetzt ziehen wir das zentrale Mittelfeld, schau mal, da steigt doch gleich mal die Note. Wenn wir in die Mitte ziehen. Aber wird, äh... Hier von der Taktik, wird ein bisschen extremer. Gehe jetzt halt. Also, an Chris-Fußball. Das ist er, der ist halt halt keine Form. Aber hier, wenn ich den ins zentrale Mittelfeld noch bringe. Dann muss ich die anderen zwei nur noch umsetzen haben, jetzt sie in der Verteidigung, genau. So, jetzt warte ich mal fünf Sekunden, dann siehst du mal Aufstellung. Mhm. Ja, ja, massives Mittelfeld. Blendi Idritzi. Ah, bin mal gespannt. Für wen will er den haben? Für ein Trio? Aber, oh, wie schön ist das eine Trio noch? Er hat noch eine Form von 9. So eine 9er Form rausnehmen, eine 7er reinbringen, alter. Gut, dass wir den Co-Trainer entlassen. Der weiß es bloß noch nicht, ne? Ja, jetzt, äh, so. So, jetzt pass auf. Direkt. Ah, Gott, ja, das gibt's doch nicht. Jetzt gibt's direkten Angriffssfußball. Genau. Mott und Totschlag. Pessing Tag und Nacht. So, jetzt gibt's dir mal den Ball. Und sie kommen schon wieder. Ach, lecker, mir. Hei, hei, hei. 72. Minute. Guck mal, und die sind sogar noch auch noch weniger. Hei, das darf nicht wahr sein. Und nix. Ich krieg kein Ball für nix. Dann verstehst du jetzt aber, was, was, dass ich von dem Spiel noch nicht so überzeugt bin, mindestens nicht, wie es jetzt hat. Das kann ja gar nicht funktionieren, wech. Und die kriege gelb-rohne Karte und schaffen es dann noch zwei Tore zu schießen. Und da haben wir dann nicht einmal ausgewechselt, ne? Kommt ja noch dazu. Aber erst nach dem vierten Tor ausgewechselt, also... Ne, dem da schon. Ja, äh, ne? Ja. Ab der 72. Minute haben sie gewechselt, ja. Genau, ja, ich seh, ich guck da auf den schwarzen Streifen, wo man die Bällchen sieht. Die haben erst nach dem vierten Tor ausgewechselt. Saukreis. Ja, gut, gehört dazu. Ja, aber... Wie realistisch ist das? Ne, ich bin auf dem zweiten Platz. Haben halt gerade eine Hochphase. Top-Form. Ja, du weißt halt, zweit ist immer der erste Verlierer. Jetzt konzentrieren wir uns mal aufs nächste Spiel. Warten mal unsere Konter trainieren. Dann schauen wir mal, ob da eine 383... Na, ich glaube, da gehe ich mal den ganzen Team. Zwei Prozent. Das mache ich gleich zweimal. Dann hast du deine Punkte weg. Ja, da sind erstens die Punkte weg. Aber schau mal. Ich habe jetzt hier mit 87 Prozent. 96 ist wichtig. Ja, ja, du hast einige, die sind kurz davor. 96 nochmal. Und das ist der Torwart. 92, 94. Das ist okay. Vier Spieler, die den nächsten... Na, Tramp. Au, jetzt bin ich mit dem meiner Abstiegsdepression. Ah, das kann es sein. Ah, es ist? Ja, noch 42 Tage. Und jetzt bist du auf Raumluft im neunten Platz. Du warst doch eben noch Erster. Ja. Also Zweiter. Krass. Ich habe bei mir so viele Spieler drin, die immer als großes Talent gelten. Die es aber einfach nicht packe. Also Corner von denen. Ja, das... Ich gucke die alle nicht vorwärts. Ja. Das waren die halt beim EA-Manager... Oh, schau mal, da gibt es einen guten Rabatt. Ja. 20.000. Das fand die halt beim EA-Manager echt gut. Du konntest die Spielerentwicklung. Das konntest du richtig schön vorantreiben und da aktiv begleiten und alles. Und du hast dann auch gemerkt, wenn es gut läuft, du mal so 5, 6 Spiele am Stück nicht verlierst oder halt gewinnscht idealerweise, dann sind die auf einmal stärkemäßig gleich ganz anders da aufgetreten. Okay. Das fehlt mir hier total. Du kommst hier stärkemäßig, du kommst so langsam vorwärts, ja. Das ist echt ein bisschen schade. Ja, ich kann da keinen Vergleich ziehen. Ähm. Oh, ich meine, Anziehen ist wieder gesunken. Wo ist denn da eins? Da schickt man noch hin. Aber erst mal zu Lorenzo Mühlig. Der Chef-Scout. Das ist mit der Vertragsverlängerung. Ja, der hat doch vorhin geklappt. Warum nicht? Da haben wir kaputt verhandelt. Ach so, ja. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, also du bist ein faules Sack. Ja, genau, deswegen wollte man nicht. Ah ja? Ja. Ich mein, das hättest du jetzt eh gleich wiedergesehen, wenn du in die Verhandlungen gehst. Aber ich schalte ein faules Sack auf bei Station 11, äh, bei Level 11. Fängt's halt nix, wenn er trotzdem faules Sack ist. Ja, da hast du recht. Ich seh' mir Minge. Ja, die klatsch ich weg. Hast du eigentlich schon mal diese Option am Spieltag gemacht, hier mit Trainingslager? Da war ohne so ein Hake, ich weiß aber nicht ganz genau, was dann passiert. Nee, hatte ich jetzt noch nicht. Ich hab jetzt auch vergessen, die Vertragsverhandlung mit den Typen wieder abzusagen. Oh, cool. Den kannst du wieder kaputt verhandeln. Fünf Jahre Vertrag bieten dir die an. Für 190.000. Schau ausgewogen. Und schau mal, was mir die Hand, die Bayer schickt jetzt halt, der 2,3 Millionen. Das können die vergessen. Jawohl. 2,0 ungefähr. Sehr gut. Ja, kommt trotzdem nicht von meinem zehnten Platz runter. Oder von meinem Mittelfeld. Na gut, neunter Platz. Aber war jetzt auch letzter Spieltag. So, wie steht denn das Gegnerteam da? Auch besser. Das Gegnerteam steht besser da als ich. Ja, du hast aber auch wieder dein Interverteidiger. Guck mal, den Trejo. Ja, ich weiß nicht, was der da aufstellt. Ja, er stellt den nach Fitness auf. Also gut, kannst du mal gucken, bei regelbasierter Aufstellung, was da hinterlegt ist. Da hat der gelbe Button in der Mitte. Ja, habe ich schon. Der Trainingseindruck. Ich gebe hier immer Stärke an. Okay. Mach das einmal. Und dann probier mal. Dann lass ihn mal aufstellen. Einfach nur mal so zum Vergleich. Mach das. Ja. Jetzt sieht es nämlich ganz anders. Jetzt hörst du natürlich aber auch ein paar Spieler, die jetzt gerade nicht so gut in Form sind. Okay. Siehst du, das wusste ich jetzt noch nicht. Da habe ich noch nie drauf gedrückt. Ich habe, ich habe mal, als diese Meldung immer kam, mit sie haben ihren Spielern versprochen, nach Form aufzustellen, nehmen sie nicht mehr ernst und so, bla bla bla. habe ich gedacht, hey, jetzt muss ich mal gucken, wo man das einstellen kann, weil ich wusste, es gibt da irgendwo, muss es was geben. Dann habe ich das gefunden. Du kannst ja vier Kategorie hintereinander wählen. Du kannst ja sagen, Prio 1 ist Stärke. Aber dann soll er halt auch gleich noch nach Form gucken und vielleicht idealerweise noch nach der Fitness und vielleicht dann als Viertes noch so den Trainingseindruck. Aber wenn vier Sachen machst, sage ich mal, dann wird es, dann wird es very creepy, was er danach zustellt. Deswegen habe ich mich auf ein oder zwei fesch gesehen. Das ist dann ungefähr so wie Telefonbuch schreiben, ne? Ja, genau. Wenn die erste Buchstabe nicht mehr ausreicht, dann Genau, genau. Dann kriegst du eine Zahl vorne druckgesetzt oder so. Ne, und das habe ich dann mal probiert und jetzt bin ich immer bei Stärke und als zweites mache ich Fitness und der Rest ist mir eigentlich egal. Okay. So, jetzt schauen wir mal. Na, vorbei. Oh. Schöner Angriff. Oh, was gescheitert. Die kommen aber ganz schön gemalt. Ja, ja. Ja, aber das ist in jedem Spiel ist das Gegnerteam auch Spielzerstörner und direkte Pässe. Ach Gott, was war denn das mit Freistoß? Ja, keine Ahnung. Das war jetzt mal eine totale Nullnummer. Ja, auf jeden Fall, wenn ich mir die Fitness anschaue, da bin ich noch, habe ich noch sehr gute Werte im Gegensatz zu Memmingen. Ich hätte vielleicht den Fahrradgut nicht kaufen, sonst noch nicht den Schießgut. Oh, ein Trimmer. Eieieiei, also Luis Zwick, der hat schon drauf. Ja. Da kannst du nichts sagen. Talentlose, was hat er? Fangsicherheit, glaube ich, ist ein großes Minus. Ja, genau. Das ist aber schlechter als Torwart. Jetzt fliegt so ein Flügchen rum. Naja, wir müssen es trotzdem weiter über einen rechten Flügel probieren. Vielleicht außen den Druck noch ein bisschen erhöhen. Oh, ich kriege, in meinem Spiel kriege ich gerade auch ein Boot vom FC Augsburg. Oh. Ja. Aber, nein, danke. Ist ein Fall. Zweie Halbzeit, auf geht's. Auch für mich ein Fall, ich fahre irgendwo nicht in die Bundesliga gehört. Wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus. Ja. Also, meinst du echt, dass das an dieser Abstiegsdepression liegen kann, dass die Leute noch Ja, definitiv. So, Schweinfurt. Linde, zeig mir, dass es lohnt dich zu kaufen. Nein. Die Schiebe als der Ball da rum, das ist echt, das ist echt Wahnsinn. Die was? Die Schiebe den Ball als hin und her, das ist echt Wahnsinn. da, von Euler, aber jetzt, die Luftanbrief. Ah, ausgleich noch, freistoß, komm, scheiße. ziehen wir an der neuen zusammen gehen wir mal auf groß angriff jetzt will ich aber noch mal sehen jawohl das ist unglaublich ja oft nicht wie versprochen ich wüsste mal gern wenig da was versprochen habe das ist das sind die angaben oder machen jahres anfangs saison anfang mit ja der trainingseindruck entscheidet und jeder ja das kann ich immer noch in den zuschauer hatte schon zuschauer weiß ich nicht war eben eine zweigestandung ich kann mal reinschauen jetzt kriege ich auch ein geburt von baderborn interessiert mich so viel ein zuschauer aktuell ja jetzt hat wieder jetzt muss ich auch mal mit meiner persönlichen gesundheit hier noch ach du ich gehe schon das ganze saison zahnfleisch es war jetzt das zweite oder dritte spiel das ist jetzt dritte glaube ich jetzt hat er vielleicht sogar die halt war einmal der pokal dabei ja schauen wir meine werbung geht auch langsam hoch denen kann ich immer noch nicht die das sind nicht mein präsidium hast mich da hier kann ich ja noch da genau das hinterlärer bekommt seine chance ja einmal die sind ja auch ganz okay hier noch mein top spieler kommt der nächste auf level 8 ok der ist jetzt schon bei 7,2 wenn der aufsteigt können da die 8 mach ich mich mal mitmachst da danke mir okay ich hab mich mal mitmachst 99.000 gut geht habe ich noch budget geht 8,1 wer mein topspieler 27 jahre alt aber der dritte liga ist das hat stufe jetzt stärker 8,1 hat zwar nichts anderes spielte wie nur sturm aber egal hat neun torrückschüsse diese saison mit profi auf seiner position das hat sich gefälligst auf die euren position konzentrieren alles andere hat er mir über das mal schauen von ihm verkaufen und die meisten t-shirts von luiz ram aus dann schicken wir den doch mal hast du mal diese schnell schnelle entscheidungen auch schon jaja hatte ich schon da war gerade eben die frage jemand hat aus spaß den zucker durch salz in der kaffeeküche ausgetauscht der kaffee schmeckt aber witzigerweise wie immer pass im austauschen da kommen noch ein paar aufs level aber du beschäftigst dich ganz schön lang mit dem spiel für das dass dich am anfang dagegen gewehrt hast ich bin halt so ein ea verfechter wie gesagt ich kenne da kein anderes aber von ea habe ich auf twitch auch schon mal gesehen das spiele manche noch also kann man auch mal reingucken wenn es dich mal interessiert also den fußballmanager die habe ja jedes jahr wie fifa komplett neue manager rausgebracht und ich finde es immer noch so schade dass sie das eingestellt habe weil das das war für mich das nonplusult war da konnte wirklich alles da konnte genauso eingreifen wie jetzt aber auch lust du kannst alles management ein bisschen noch mehr machen dass das das pack mich dann so du kannst bei den spielerverträgen kannst du viel mehr optionen ziehen du kannst beispielsweise sagen du kriegst beispielsweise bei titel gewinnen kriegst du noch die und die prämie oder du kriegst automatische verlängerung nach 30 spiel einsätze oder was weiß ich nicht alles oder du kriegst freigabe wenn wir absteigen und so geschichte ein paar sachen kannst du zwar hier auch machen aber das war viel umfang und trotzdem übersichtlich also es war echt cool ja und dann ich bin ja auch so ein freund von vereinsgeländerausbau und so geschichte okay da machen wie hier jetzt schon allein diese geschichte hier geländer an sich dass du nicht einfach nur mal mit der maus drüber fahren kannst sondern dass du jedes mal dann gleich ein grundstück in der hand hast das das nervt mich manchmal schon aber jetzt war schon ein paar zuschauer möchte jetzt drei stück stelle oben ja das sind jetzt nur diese kanal hopper glaube ich die dann einfach schauen wo was los ist ja dann steht bei mir auch servus zuschauer jetzt wird das so eine mannschaft aber schauen rechts da probieren wir es nichts komplett rechts ist das jetzt wieder falsch wenn ich einen türkischen verein rechts angreift achtung wortsspiel achtung achtung wortsspiel ja und sonst und sonst sind deine zuschauer weg ne bei mir zeigt das jetzt erst dann bei mir zeigt das jetzt erst dann ich habe in meiner zweiten mannschaft habe ich ein spieler der heißt karl kindermann das sieht aber eben weniger wie ein kindermann aus sondern eher wie ein kinderschänder so schiefstehender mund ein langer schneide zahn das berliner mäuse zähnchen wie man so schön sagt er sieht so aus als wäre sein zweit war im vergewaltigungs bus habe ich mir auch schon überlegt ob ich mir das was t-shirt macht so fake taxi oder so aber sollte ich oder so depth 4k schulter eintreiber wir finden auch eine andere lösung baby guck mal guck mal der verbesserungsvorschlag steht sogar auf der ersten seite sehe ich gerade auf der zentrale ja vom vereinsgelände ich bin gerade immer stuft voller dann lassen wir nochmal das spiel laufen jetzt haben wir letztes für heute ja wohl gleich mal gelbe kalle kriegt was ich aber schön finde ist wenn du wirklich angriff über rechts einstehst dass sie dann nach rechts kommen und dann nach links gehen ja ach du scheiße herr hat der den verbesser er möchte jetzt komplett brezel jawohl das ist ein türkischer verein brezel stange eigentor ich glaub's nicht maximilian bauer ohne vorlage ach du scheiße ja das muss er gut machen der kriegt dann anschließend halbzeit ach scheiße kleine konta das macht nichts das ei ei ich mag er nicht hinschauen jetzt hab ich mcdonalds gelesen mal donato ja das war so ein test da gab es tatsächlich in nürnberg eins und die hatten nur so pasta so spaghetti lasagne und so ja das war gesellschaft von mcdonalds und es hieß mcdonato mcdonato ja das ist total gefloppt ja gut das denke ich mir weil wie gesagt beim essen kenne ich mich normalerweise aus aber das habe ich noch gar nicht gehört muss gefloppt sein meine spieler alles verdiebe hasse so jetzt hier nochmal ein bisschen gas geben jungs jetzt gehen wir mit der taktik auf ballbesitz fußball vorsichtig offensiv das pressing und gegenpressing gehen wir hart knickig rein vielleicht können sie auch mal ein paar mehr schwelben bringen ich meine das können wir doch ganz gut hast du schon mal da ohne rechts mit den fragwürdigen mittelkopf gespielt nein noch nie nicht aber sollte man sich mal überlegen haben ja jetzt muss ich die taktik aber ändern jetzt haben sie rote karte kriegt spielunterbrechung was machen wir nach rasensprenger bestellten flitzer genau das sind ja das müssen wir alles vorher machen ne ja ja das muss ich ähm ne das machen wir in der nächsten flutlichtausfall ach gott ich bin auf dem neunten platz am schluss gelandet und habe trotzdem drei spieler in der top 11 des jahres ok das ist nicht schlecht ach eigentlich ist es sicherlich ok mach rein das ding jetzt oh gott freiburg der dfb pokal gewundert also das ist ja mehr als unrealistisch ja scheiße schon wieder verloren jetzt lanzen aber ne und schon wieder in überzahl gewesen ja ich muss sagen ich habe auch in der letzten saison zwei rote karten bekommen habe beide spiele gewonnen echt gleich ist das system nicht ganz klar was eine rote karte bedeutet ja der programmierer hat alles gegeben ja genau wahrscheinlich rot-grün-blindheit wahrscheinlich ja so so mein Saison ist auch durch was haben wir ziel elfter platz namenlos Eichstätt wie steht denn Eichstätt da ja die steht ja nicht so da wie ich Augsburg zweite Mannschaft heimspiel eilbisch schau dir das mal an das ist die Mannschaft von Augsburg zweite Mannschaft wo ich gerade dritte ach du scheiße das ist die zweite Mannschaft aber wenn ich in die erste gehe ach du scheiße ach du scheiße das ist doch eine Frechheit ist das ach du scheiße ach du scheiße warte mal eltersdorf was kann denn eltersdorf naja gut das das akzeptiere ich noch bei bayreuth ist auch okay heimstetten geht ja eigentlich easy pipinsried dürfte auch nicht stark sagen ja doch aber weißt du was ich glaube ich habe zu viele spiele mit schwächen es ist eigentlich keine dabei der keine schwäche hat ne ja aber die doch gerade eben was du auf Kaptoch war ja die hatten auch recht viel die hatte auch recht viel also das ist halt bei niedrigerem Level sag ich mal also Level im Sinne von niedrigere Liga ja hast du das eher mal als bei hohen Liga richtig ja weil in den hohen Ligen ist halt die Mannschaft einfach schon anders ausgebaut ne genau naja stört mich jetzt gerade alles ein bisschen ja was für einen Spiele willst du haben nimm den Markus Punk alter keiner kauft den weil er schwul ist ups das dürfen wir jetzt wieder eine Zahlung haben allmächt was denn ich habe neue Saison fängt an hoffen halb 2 ist jetzt in meiner Liga gut habe Torwart Stärke 10,2 ne also ja da brauche ich echt nix mehr hahaha noch 18,60 sind auch Bockstarke andere andere so ist jetzt soll wirklich mein letztes Spiel ich bin schon fast spiel der Städter ja eine Runde geht noch eine Runde geht noch einer geht noch einer geht noch ja morgen wird es wahrscheinlich ein Street geben mit Europa Universalis Sonntagsabends bin ich aber nicht da Sonntagsabends bin ich aber nicht da bist du nie da? in der Regel nicht weil ich stelle mich Sonntags immer nur recht schwer wieder auf die neue Woche ein ok und wenn ich dann abends noch am PC hocke und dann komme ich wieder nicht in die Kiste und bin ich am Montag immer so Brot fertig dass ich nicht mehr aus die Kiste gucke deswegen gucke ich jetzt immer Sonntags dass ich relativ früh ins Bett gehe ok ich mittlerweile zum Rituale Woche haha ja jeder hat so sein aber kannst du da auf Twitch das Video abrufen auch ein Videoaufruf bringt mich weiter ja gut ich kann ich habe ja oben im Schlafzimmer habe ich ja mein Laptop stehen beziehungsweise deswegen habe ich ein großes Ehebett weil mein ich da würde aber kein frei nach Franai Wasser weil auf der linken Seite schläft mein Laptop und da gucke ich dann abends also noch YouTube oder sowas oder halt auf Twitch ja in letzter Zeit da kann ich dann auf jeden Fall zugucken da habe ich bloß kein Dings kein Headset ja mach doch nichts dann müsst ihr was reinschreiben ich habe gesagt und wenn dich das Spiel interessiert dann kannst du auch das Video danach anschauen ja aber also das könnte ich aber tatsächlich mal morgen machen weil ich gebe ehrlich zu seit mir es mal nur drüber gehabt habe auch mit diesen Crusader Kings ja ähm äh wollte ich mir das eigentlich einmal angucken mhm das Universale Europa Universalis genau aber ich bin noch nie dazu gekommen ja wer auf jeden Fall die Gelegenheit ja morgen spielt eben der Jan auch mit den kenne ich jetzt ne klar das ist der der dir das damals empfohlen hat über Crusader Kings und Europa das alles interessiert hat genau 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 stimmt da war ja noch einer mhm der Kühlschrank der war nicht so oft da ne ne das ja da reden wir mal drüber wenn es nicht live ist ja das klar ja das klar hab jetzt ein Schweinfurt 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 das bestimmt weil ich die Fanscene nicht anhabe mhm jetzt schon hin jetzt schon hin jetzt schon hin allmächt andere Seite wieder zurück und voll drüber aber jetzt Simon zu Bauer Bauer zu Lind und der dribbelt einmal quer fahrt auch gut schießt gut jawohl jetzt wird der Druck aufgebaut gut der dürfte der Druckschloss nicht vorbeischießen da ist ein bisschen mehr Einsatz ich bin in die Absatzwelle gelaufen ich glaube es nicht fahrer kutsch und laufe besser ja und schieße ganz gut schieße ganz gut kennst es oder der Türke zum Doktor kommt und sagt er ist immer so traurig und er weiß nicht was er dagegen tun soll dann sagt er doch dann er gehst jetzt einfach nach hause und kackst dann mal drei Tage lang in der Badewanne und wäsch das nicht aus und am vierten Tag kommst du da und am vierten Tag kommt er wieder total gut klauen und happy dann sagt er der Doktor mir geht es nur eine Suppe mein Badewanne und mein ganzes Bart stinkt wie sauer aber mir geht es gut was habe ich eigentlich gehabt ja heimweh ja der hat was ne ja der hat was da kriegst du sogar Tor für den ja Zeit dass ich mich rasiere und mit früher ist rasiert Mensch das wurde der Lehrlingserstoffel in der Puff geht und nimmt ihn so so näher Mama oder die Fittiche man fängt so aus sich auszuziehen oh warte mal warte mal warte mal ich muss mich konzentrieren Transferliste Stürmer wenn man Stürmer ja du brauchst eher sowas im Verteidigerbereich ah der Billage der ist jetzt schon 36 verhandeln abwähnen ja ah der Pfarrergut wollen es mal kaufen für eine Million defensives Mittelfeld nein rechter Außenverteidiger mit einer 5 ja das finde ich auch blöd dass du immer so verhandeln gehen musst und dann wieder raus bis sich das ändert ja gut aber das sind ja die wo du von dir haben wollen ja ja aber trotzdem es ändert sich ja nur wenn du ihn verhandelst ja ja aber oh defensives Mittelfeld mit einer 5,9 150.000 wir würden diesen Spieler gerne abgeben ich bin schon wieder weiter ich seh das immer zu spät der kann auch linkes Mittelfeld und zitrales Mittelfeld jetzt kannst du aber nicht mehr drauf drücken sonst ist es weg ja ja aber ich habe einen schon ein bisschen erkannt wird ich habe noch ein bisschen kaputt geht weil der kriegt ein bisschen mehr Handgeld dafür verdient er nichts so schaut es doch fair aus oder und ich würde extrem gerne zu ihnen kommen das kann auf erst mal hat er akzeptiert nein nein oder nicht doch nein du hast du hast akzeptiert du hast gar nicht nur verhandeln gedrückt echt habe ich jetzt viel gedrückt ja du hast zwar eingestellt du hast aber nicht nur verhandeln gedrückt ach scheiße ach ja gut sperr mal ey das ist ein Hammer oh warte mal Markus Bunk den muss ich wegkriegen ja also weg damit dann kann ich da gar nichts verhandeln alles egal das ist egal weg mit dem Arsch da kannst du jetzt direkt drauf drücken habe ich aber ich habe das auch schon gehabt ey da habe ich ich habe alles eingestellt und habe gedacht so komm jetzt probiere ich mal wie weit du runterhandeln kannst ja ja und zack habe ich Depo genommen so den habe ich mir aus der Jugend geholt und dann konnte ich den Saison lang nicht auf die Transferliste setzen weil er keine 18 war den Punkt den Punkt ne ja den Punkt ja aber nur weil er keine 18 war ok al shabob klingt wie wie Gebap ja also ich habe jetzt auch gerade mal auf den Transfermarkt bei mir geguckt ich habe hier zwei spieler level 8 talentstufe 2 eine schwächen und die kriege ich ohne ablöser weil sie wie gesagt vereinslos sind ok ich glaube da gucke ich gar nicht ob ich die gebrauchen kann die wollte ich einfach die 2 ok so jetzt gehe ich in Augsburg das wäre die klatsche ne na na steht in Augsburg ja erster Platz natürlich nicht auf dem 11 wieviel der Spieltag ist denn das vierte steht gar nicht dabei das ist ein bisschen blöd es fehlen so viele Kleinigkeiten an Informationen die aber trotzdem so wichtig sind auf Augenblick eigentlich schon ne es wäre so wichtig zu sehen welcher Spieltag ja gut Spieltag steht da dabei im Platzierung wo ja du musst aber rein klicken wo steht ja nicht in der Zentrale jetzt schaue ich gerade mal guck mal da steht nur Augsburg 2 Regionalliga Bayern nächstes Spiel in 5 Tagen aber da steht jetzt nicht wieviel der Spieltag das ist nächstes Spiel in 5 Tagen außer du siehst jetzt was was ich nicht sehe ne ich habe es jetzt mir ist es so aufgefallen dass das hier irgendwo direkt am Anfang steht Regionalliga ist das nicht hier nein das ist 11 Platz 6 Punkte 7 zu 7 ja ja genau steht nicht der Spieltag dabei gut das ist jetzt der fünfte oder sechste Spieltag weil es ist Anfang September aber trotzdem das Derby ist demnächst ja wie gesagt das sind jetzt Traumlichkeit aber das sind die Informationen die mir persönlich jetzt beispielsweise auch fehlen ja mir stinkt es halt dass ich jetzt so eine halbe Million mit dieser Trainingshalle verscheuert habe äh mit diesen Hightech Center oder was ja genau ja genau ja aber das ist natürlich nicht die aber sie nutzen es scheinbar nicht weil sie immer noch die Trainingshalle Stufe 1 fordern hm 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 da muss ich mir mal mit dem Entwickler schreiben Mensch werde ich jetzt müde So, ich habe jetzt mal ein bisschen in mein Stadion investiert, Anzeigetafel und Flutlichtmaste. Dann gleich mal der Raser ausgetauscht. Wenn du im Stadion guckst, da sind ja immer zwei Bilder drin, einmal vom Stadion und einmal von der Gegend. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wo in Mannheim das sein soll. Und ich kenne Mannheim eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass das so 0815 Bild ist. Und das Stadion glaube ich auch, das ist nämlich nicht, ich glaube nicht, dass das das Originalstadion ist. Aber ich war schlicht schon lange nicht mehr drin, muss ich gestehen. So, was haben wir, ein 2.20, das heißt, 3.20 laufen Verträg aus, dann werden wir mal Dent auf jeden Fall. Da gucken wir mal. Alle andere Larven länger. Sehr gut. Wie ist jetzt der Ohr? Auf jeden Fall der. Der kann sich verpissen, der kann sich verpissen. Aber alle verpissen. An sich auch verpissen. Auch verpissen. So. Aber ich würde jetzt mal mein Spiel speichern. Alles klar. Du brauchst dich jetzt nicht mehr an Augsburg ran. Mit deiner Abstiegsdepression. Ja. Doch, an sich schon. Aber ich merke einfach, wie ich müde werde, meine Konzentration sinkt. Ja, ja. Und meine Frau muss jetzt dann aufstehen um halb sechs. Oh, liebe Leute. Ja. Und mein Sohn wacht garantiert auch so um sieben, halb acht auf. Und dann möchte ich nicht im Bett liegen, wenn das Kind wach ist. Nicht, dass der das alles abfackelt oder so, ne? Ne, er beschäftigt uns das selbe. Ich meine, der ist bald zwölf. Ah. Aber, dementsprechend. Ja. Man hatte doch irgendwo ein bisschen Verantwortung. Hm. Hat er doch Spaß mit seinem Geburtstagsschenk? Ja, mehr oder minder. Er hat schon das nächste in Aussicht. In Aussicht. Ja. Er wünscht sich zu Weihnachten ein E-S-Gute. Oh. Okay. Dann hab ich ihm gesagt, ja, schön und gut, aber erstens darfst du das Ding erst fahren, wenn du 14 bist. Ja. Und an Weihnachten bist du noch keine zwölf. Okay. Und zweitens müssen wir ihn versichern. Und drittens, wer in aller Welt kauft sich im Winter ein E-S-Gute? Ja. Das ist, ähm. Wenn steht er dann auch wohl, dann merkt er, oh scheiße, ist ja kalt. Wahrscheinlich ist es kalt, dann ist das Ding voller Matsch und so. Ja. Und da hab ich dann auch keine Lust drauf. Ja. Und von daher denke ich einmal, das ist dann, ja, keine Ahnung. Ja. Er wünscht sich jetzt momentan von Rockard die Magma-Tastatur. Steht auf seiner Wunschliste. Aha. Und, äh, er wünscht sich auf einen Rockard das XL-Mauspad. Okay. Das Sense, was ich hab, in der, ich hab's in der normalen Variante, aber eben mit Beleuchtung. Aha. Und er hätte halt gern die XL-Ware hin. Und da bin ich mal mit dem Ding. Ich mein, ich subventioniere sowas, ne. Mhm. Dass er vielleicht das neue Rockard Setup kriegt. Okay. Tastatur, Maus, Bett, Maus. Okay. Aber es sind nur noch ein paar Monate hin. Ja, aber das wär ja Ausstand, wo er im Winter was mit anfangen kann. Richtig. Und er spielt ja gar nicht. Ich mein, er spielt Kinderspiele, aber. Ja. Er findet Ghost Weekend zum Beispiel des Wildlands. Das hat er auch schon gespielt. Da ist er total fasziniert von, von den Missionen. Okay. GTA 5 hat er vor drei Jahren schon durchgespielt. Das ist krass. Wie eigentlich? Ja, zwölf Meter, gell? Was hast du gesagt? Ja, im Juli war der zwölf, ja. Ach du Scheiße. Er hat aber früh angefangen mit so einem, mit so einem Dreck. Ja, er hat doch nicht, hat er Zugang zu allem. Ah, okay. Ob das dann immer so gut ist, gell? Richtig. Der hat, der hat mit vier Jahren, hat er Elenoir schon zugeschaut. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Aber, ja, er ist halt, er ist halt auch fit, weißt du. Und er, auch alles was er mit Handys, also, wenn er dir sagt, dass das und das Handy rauskommt und das und das so viel eine Kamera hat und den Chip drin, dann stimmt das halt. Mhm. Also da ist er echt fit. Okay. Und irgendwie muss ich das fördern. Okay. Ah ja, ist doch gut. Ja. Ja. Solange er es im Griff hat oder du das im Griff hast, dass es dann ausartet, dann passt doch. Und passt doch. Ja. Genau, einfach mal probieren und jetzt werde ich dann einfach mal schauen, aber ja, vielleicht gehen wir morgen ein wenig ins Modellauto nochmal ein bisschen Sprit rein tanken, vielleicht noch ein bisschen fahren gehen. Mhm. 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 Irgendwas wird sich ergeben morgen. Mhm. Okay. Ja, cool. Dann, danke, dass du mein Exklusivgast warst heute im Stream. Ja, immer gerne, mach Spaß. Ja. Vor allem wenn wir jetzt doch dasselbe Spiel spielen. Ja. Aber wir müssen das echt mal probieren, so Zweierspiel zu machen. Ja. Ja, wie gesagt, da müssen wir uns halt mal, ja, warte mal, mach mal kurz mein Stream aus. Ich meine, das kann ja, 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 das kann ja.